Viele Grüße aus Mancua. Genau, wir waren jetzt mal ein paar Tage hier in der Sonne und am Strand, ganz im Norden von Peru, ganz oben. Ein bisschen gechillt, gesurft, gegessen und die Sonne genossen und hoffentlich auch ein bisschen Farbe bekommen. Wir haben uns eingemietet in die Casa Naranja, oranges Haus und wie man hier sieht, ist der Name Programm. Hier ist alles wirklich orange, sehr günstig, sehr einfach, 19 Euro die Nacht und wie es hier aussieht, das seht ihr jetzt. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tschüss.